Auf ein Wort, Bürger reden Klartext. Herzliche Einladung zu unserer nächsten Sendung am 12. April um 19 Uhr aus dem Ratskeller in Altenburg. Wir haben wiederum spannende Gäste eingeladen. Dabei sind Christoph Zippel, Wahlkreisabgeordneter Altenburg und unser Gesundheitspolitischer Sprecher in der Landtagsfraktion, Marcel Grönke, Bürgermeister aus Ponitz und Dr. Christian Schäfer, der Chefarzt der Psychiatrie im Klinikum Altenburg. Ihre Fragen bestimmen die Themen unserer Sendung. Wir wollen auf alles Antwort geben zu dem, was Sie uns fragen. Mit Sicherheit reden wir zur Gesundheits- und Drogenpolitik. Und sonst sind Sie herzlich eingeladen, bei www.aufeinwort.info Ihre Fragen im Vorfeld der Sendung an uns zu senden oder zur Sendung zu kommen. Wir freuen uns auf Sie im Ratskeller in Altenburg am 12. April um 19 Uhr. Auf ein Wort, Bürger reden Klartext.